Ja, hallihallo und einen schönen guten Abend. Liebe Kaspar und Kasparinnen, hier ist wieder der Neuschlaf-Pulli. Ja, ihr habt wohl gedacht, ich hätte unser schönes Neuschlaf-Format komplett vergessen. Nein, habe ich natürlich nicht, aber ihr wisst ja, erst war ich im Urlaub, dann war die Stimme weg. Jetzt ist die Stimme wieder da, ich habe zwar keine Ahnung, ob es meine eigene ist, aber das kriegen wir im Laufe der Zeit bestimmt noch raus. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt an, machen weiter, wo wir aufgehört haben, bei dem Arthur, dem Conan, dem Doyle. Aber zuerst natürlich Kultur. Dann packt euch schon mal eure Flauschdecke, luft das Kissen auf und knappt euch euer Kuscheltier, während wir eintauchen in die Tiefen deutscher Dichtkunst und uns danach entspannen. Bei einem wahrscheinlich wieder sehr realistischen Fall mit Holmes und Watson, zumindest dem ersten Teil des Falls. Wir schaffen ja eigentlich nie den Ganzen. Ich kann ja auch nicht ewig hier lesen, da wird ja meine Stimme, die ist gerade neu, ich muss die erst langsam einfahren. Also, kommen wir zur Kultur. Ich beginne vorne bei Strophe 1. Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau, so laut entblut sich mein Leid ins Himmelblau, Klammer auf, Ha, Klammer zu. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war, aha, aha. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Geht weiter. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Sogar noch eine zweite Strophe. Nun sitze ich wieder bei dir und mir zu Haus und such die Fotos fürs Fotoalbum aus. Ich im Bikini und ich am FKK, ich spreche im Mini, die Landschaft ist auch da, ja. Welche ist die Landschaft da, was? Aber wie schrecklich die Tränen kulern heiß. Landschaft und Nina und alles nur schwarz-weiß. Micha, mein Micha, und alles tut so weh. Du das noch einmal, Micha, und ich geh. Ja, dann geh doch und wenn du zurückkommst, bringst du den Farbfilm mit, du dumme Brute. Alter. Hm, äh, Refrain. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war. Aha, aha. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Was will uns der Autor damit sagen? Wahrscheinlich, dass er irgendjemand den Farbfilm vergessen hat und, äh, was genau tat das so weh? Ist sie am Strand in eine Scherbe getreten? Äh, ich versteh's nicht ganz so. Hatten die überhaupt Farbfilme damals in der Zirne? Weiß nicht, was war doch Nina Hagen? Das war doch frühe 70er, oder? Oh, ist doch mittlerweile auch schon an die 100, denke ich mal, oder? Also, Teile von ihr. Ach nee, das war Scher. Aber Nina Hagen sieht Scher, glaube ich, ähnlich. Die haben auch dunkle Haare. Also, sie haben beide Frisuren, sagen wir es mal so. Es ist doch im Endeffekt auch egal. Ihr geht jetzt ins Bett und ich lese euch was vor und wir vergessen das Ganze. Und, äh, wenn ihr wieder in Urlaub fahrt, dann nehmt einen Farbfilm mit. Ihr wisst, was passiert. Hinterher schreibt jemand ein Lied drüber. Das will keiner. Außer, ich lese den Text vor. Dann wollen es natürlich alle, aber, äh, muss ich ja auch nicht immer machen. Ruhe. Äh, nicht ihr, mein Handy. Also, ihr auch, äh, ihr sollt ja schlafen und nicht reden. Würde ich sagen, äh, wer noch nicht wahrgerecht ist, der sollte das jetzt nachholen. Ich mache euch ein spannendes Let's Play an. Und dann tauchen wir ein in die Baker Street 221 B. Auf was habt ihr heute Bock? Super Metal Dash? Okay, Metal Dash. Metal Dash, Metal Dash ist gut. Ein schönes Spiel. Also, wir beginnen. Holmes ließ das Blatt sinken. Ja, das war eine verdrehte Geschichte, dachte er. Und im Grund war sie doch höchst einfach und hat fast alle Beteiligten nichts als ein bisschen Wehrgeld gekostet. Vielleicht hat auch der enttäuschte Lord inzwischen eine andere Dollarbraut gefunden. Eine Dollarbraut. Eine Dollarbraut. Junge, wie klingt das denn? Also, eins auf eine Dollarbraut. Das klingt ja schon ein bisschen sehr abwertend. Er nahm eine neue Zeitung zur Hand. Als er die Überschrift gelesen hatte, lachte er leise. Ah, es war wohl ein Witzbuch von Phipps Asmussen. Watson vergaß doch gar nichts. Auch wenn Holmes selbst schon lange nicht mehr daran dachte, bei Watson tauchten doch alle ihre Erlebnisse eines Tages wieder auf. Und da der Freund noch nicht... Und da der Freund noch immer nicht zurückkehrte, so blieb Holmes nichts übrig, als auch sie zu lesen. Doppelpunkt. Ach ne, der Doppelpunkt ist stumm, sorry. Jetzt kommt der eigentliche Fall, ich bin zu aufgeregt. Die Geschichte des Beryl-Kopfschmucks. Für die Nicht-Californier unter euch, Beryl ist quasi so eine Art Material. Ein Kopfschmuck ist was, das setzt man auf den Kopf. Also ihr seid informiert. Holmes, fragte ich eines Morgens, während ich am Erkerfenster stand und auf die Straße hinabschaute. Ey, die haben ein Erkerfenster. Wieso haben die ein Erkerfenster und ich kann... Ich will auch ein Erkerfenster. Erker sind cool. Da kommt ein Verrückter die Straße herab. Ich finde es ja eigentlich unrecht, dass man so einen Menschen allein umherlaufen lässt. Mein Freund erhob sich träge aus dem Armstuhl und trat die Hände in den Taschen seines Hausrocks hinter mich, um mir über die Schulter zu sehen. Es war ein klarer, frischer Februarmorgen, der tags zuvor gefallene tiefe Schnee bedeckte den Boden und glitzerte hell in der Wintersonne. In der Mitte der Straße war er durch den Verkehr bereits in eine braune Masse verwandelt, zu beiden Seiten dagegen und auf den erhöhten Rändern der Fußsteige lag er noch so weiß, wie er gefallen war. Das graue Pflaster dazwischen war, obwohl gekehrt und abgekratzt... Ach Gutschen, das Pflaster ist abgekratzt. Woran denn? Weiß man das? Vielleicht wird das der Fall. Der Fall des abgekratzten Pflasters. Das wäre eine Verlassung. Noch gefährlich glatt und vielleicht deshalb weniger belebt als sonst. Tatsächlich war auch der Herr, dessen sonderbares Benehmen meine Aufmerksamkeit erregt hatte, der einzige Fußgänger, der aus der Richtung des Metropolitan Bahnhofs herkam. Sorry, ich war jetzt komplett gar nicht darauf eingestellt, dass jetzt ein englisches Wort kommt. Kennt ihr das? Du liest einen Text, der eigentlich auf Deutsch ist, da kommt ein englisches Wort und du kriegst die Umstellung nicht hin. Komisch. Aber ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr vorgelesen und ich hätte vielleicht schon mal meine Brille putzen sollen. Ich setze die einfach mal ab. Jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Das ist auch noch blöder. Ich lese mit Flecken auf der Brille. Also kann es sein, dass ich gelegentlich ein Komma mitlese, das da gar nicht vorkommt. Das liegt dann einfach daran, dass auf der Brille der ein oder andere Fleck ist. Gute Ausrede. Nein, schade. Es war ein Mann in den 50er Jahren, groß und stattlich, eine vornehme Erscheinung mit breitem, scharf geschnittenem Gesicht und von Achtung gebietender Gestalt, also in etwa meine Figur. Er war auffallend gut gekleidet, also genau wie ich. Zu dem würdigen Eindruck seines ganzen Äußeren stand jedoch sein Benehmen in schroffem Gegensatz. Er lief nämlich in großer Hast und machte dabei von Zeit zu Zeit einen kleinen Sprung, wie es bei eintretender Ermüdung Leute zu tun pflegen, die nicht gewohnt sind, ihren Beinen viel zuzumuten. Also wenn man nicht gewohnt ist zu laufen, dann macht man ab und zu mal einen kleinen Sprung. Kann das irgendjemand bestätigen, hat das mal jemand von euch beobachtet? Ich habe schon Leute gesehen, die wilde Laufstile hatten. Die dachten, sie joggen und da hatte er das Gefühl, na, Klobe besetzt oder was ist los? Aber wenn man ab und zu mal einen Sprung macht, überhaupt nicht. Dabei fuhr er mit den Händen in der Luft umher, wackelte mit dem Kopf und verzerrte sein Gesicht aufs Sonderbarste. Vielleicht muss er einfach aufs Klo. Oder sie haben doch gesagt, es ist glatt, vielleicht rutscht er aus, man weiß es doch nicht. Mensch, Wotzen, jetzt sei doch nicht so gemein. Was in aller Welt? Mag nur mit ihm los sein, fragte ich. Er schaut an allen Häusern hinauf. Ja, vielleicht guckt er ja im Winter. Findet ihr das noch von früher? Da hingen doch immer diese Eiszapfen an den Regenrinnen. Da musste man teilweise echt aufpassen, wenn das Ding aus dem dritten Stück runterkommt. Das tut weh, wenn es trifft. Vielleicht guckt er da. Ich sag mal, Augen auf im Straßenverkehr, auch als Fußgänger. Ich glaube, er kommt zu uns, versetzte Holmes und rieb sich die Hände. Zu uns? Jawohl. Ich vermute stark, er beabsichtigt, mich zurate zu ziehen. Es hat ganz den Anschein danach. Nun? Habe ich es nicht gesagt? Der Mann war pustend und schnaubend auf unsere Haustür losgestürzt und läutete, dass das ganze Haus davon wiederhalte. Er hat richtig Elan, das gefällt mir. Wenige Augenblicke darauf stand er im Zimmer, noch immer keuchend und mit den Händen umherfahrend, aber mit einem so kummervollen und verzweifelten Ausdruck in einem starren Blick, dass unsere unwillkürliche Heiterkeit sich mit einem Schlag in Schrecken und Mitleid verwandelte. Eine Zeit lang vermochte er kein Wort hervorzubringen, er wiegte sich nur hin und her und zerrte an seinen Haaren, als wäre er nahe daran, den Verstand zu verlieren. Holmes drückte ihn in den Armstuhl, setzte sich neben ihn, streichelte ihm die Hand und sprach ihm in der heiteren, beruhigenden Art zu, auf die er sich so gut verstand. Moment. Holmes, eine heitere und beruhigende Art seit Wandantin. Der war doch sonst immer so ein bisschen überheblich von oben herab, kurz angebunden, aber eine heitere, beruhigende Art bei Holmes, das hätte ich jetzt eher bei Watson vermutet. Sie haben mich aufgesucht, um mir ihre Geschichte zu erzählen, nicht wahr? begann er. Nein, Käpt'n Obwiers, er ist gekommen, um dich zu fragen, ob du mit ihm Schuhe einkaufen gehst. Ernsthaft. Das rasche Gehen hat sie müde gemacht. Bitte warten Sie nur, bis Sie sich erholt haben, und dann wird es Ihnen leichter fallen, mir alles der Reihe nach zu sagen, was Sie bedrückt. Also der Holmes ist schon schlau, ne? Wenn jemand wirklich mit hohem Tempo zu ihm rennt, bedeutet das, der will was von ihm, und wenn er außer Atem ist, dann muss er warten, bis er wieder Luft bekommt, damit er besser reden kann. Er ist ein schlauer Fuchs, der Holmes. Es ist kein Wunder, dass er alle Fälle löst. Eine oder zwei Minuten saß der Mann mit schwer arbeitender Brust da, gegen seine Erregung kämpfend. Dann fuhr er sich mit dem Taschentuch über die Augen, hoffentlich war das sauber, presste die Lippen zusammen, okay, es war nicht sauber, und wandte sein Gesicht zu uns. Sie halten mich sicherlich für verrückt, begann er. Soviel ich sehe, hat sie irgendein schwerer Kummer getroffen, antwortete Holmes. Aber Watson hat nicht für verrückt gehalten. Der hat gesagt, eigentlich soll das so jemand wie du nicht alleine auf die Straße. Also der hat schon gesagt, hier, Lederhelm. Müssen wir mal ehrlich sein, aber wir wollen ja nicht petzen. Gott weiß es, ja. Ein Kummer, so plötzlich und furchtbar, dass ich den Verstand darüber verlieren möchte. Die Schande vor der Öffentlichkeit würde ich zu ertragen gewusst haben. Würde ich zu ertragen gewusst haben. Das ist doch ein schöner Satz, oder? So macht man Sitze, Leute. Ja, so hat man das früher wirklich, also... Obwohl an meinem Namen bisher noch nie ein Flecken gehaftet hat. Kummer im Privatleben bleibt ja keinem Menschen erspart. Aber dass beides zusammen und in so schrecklicher Gestalt über mich hereinbricht, das hat mich im Innersten erschüttert. Außerdem betrifft die Sache nicht mich allein. Eine sehr hochstehende Persönlichkeit in England kann dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sich nicht ein rettender Ausweg aus dieser schauderhaften Geschichte findet. Eine hochstehende Persönlichkeit, es geht als um einen Bergsteiger. Oder um einen Schornsteinfeger. Bitte, beruhigen Sie sich, erwiderte Holmes. Und sagen Sie mir klar und deutlich, wer Sie sind und was Ihnen begegnet ist. Das ist schon mal gut, und mit der Vorstellung anfangen... Immer gut, du weißt zumindest, wie du den anderen ansprechen kannst. Wird ja jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz sowieso wichtig. Nicht, dass er dann Mr. So und so und hinher sagt, was heißt der Mr., ich bin, was weiß ich, mein Teufels Küche oder Küchin oder Teufeldines Küchin oder ich weiß auch nicht wohin. Auf jeden Fall kommt man irgendwo hin. Meine Namen, fuhr der andere fort, haben Sie vermutlich schon oft gehört. Ich bin Alexander Holt. Was? Nein, Holder. Jetzt habe ich echt gedacht, das wäre hier der Richter. Nein, Alexander Holder. Teilhaber der Bankfirma Holder & Stevenson in der Threadnidlstraße. Kann mal jemand schnell aufstehen und nachgoogeln, ob es in London wirklich eine Threadnidlstraße gibt? Ich wage es zu bezweifeln, aber wenn, dann ist sie wohl im Schneiderviertel. Der Name war uns gut bekannt und als der des ältesten Teilhabers im zweitgrößten Bankinstitut, der City. Das konnte nur geschehen sein, um einen der angesehensten Bürger Londons in diese wahrhaft klägliche Verfassung zu bringen. In höchster Spannung harten wir, bis er sich mit erneuter Kraftanstrengung dazu aufraffte, seine Geschichte zu erzählen. Der wird auch mal Zeitkollege. Ich fühle, begann er, dass die Zeit kostbar ist. Deshalb habe ich mich augenblicklich hierher auf den Weg gemacht, nachdem mir der Polizeiinspektor nahegelegt hatte, mich ihrer Mitwirkung zu versichern. Ich fuhr mit der Untergrundbahn und bin dann bis nach der Bakerstraße vollends zu Fuß gelaufen, denn die Wagen fahren so langsam bei diesem Schnee. Ich wollte nämlich gerade fragen, warum ist er nicht mit der Kutsche gefahren? Das wäre doch wahrscheinlich schneller gewesen. Deshalb war ich so außer Atem. Ich mache mir nämlich sonst noch sehr wenig Bewegung. Jetzt ist mir wieder besser und ich will Ihnen die Tatsachen möglichst kurz und klar vortragen. Das ist eine fantastische Idee, aber vorher möchte ich einen Schluck von meinem typisch englischen Tee nippen, damit die Stimme geölt bleibt. Achtung hier, gleich Gurgels. Lecker Schwibschwab. Äh, Earl Grey meine ich. Schultern lockern? Ja, ihr könnt auch ein bisschen die Schultern lockern. Aber passt auf, nicht, dass die Matratze Geräusche macht und Mama und Papa nebenan denken, ihr stellt ja wunderbar was an. Es geht weiter. Sie werden wohl wissen, dass es in einem Bankgeschäft ebenso viel auf lohnende Anlagen für die Kapitalien ankommt, als auf die stete Erweiterung der Verbindungen und die immer ausgedehnter Heranziehung von Depositoren. Zu den einträglichsten Geldanlagen gehört die Gewährung von Darlehen gegen unzweifelhafte Pfandsicherheit. Wir haben in den letzten Jahren viel in dieser Richtung gearbeitet und zahlreichen vornehmen Familien erhebliche Summen auf ihre Gemäldesammlungen, ihre Bibliotheken oder ihr Silberzeug vorgestreckt. Gestern Vormittag saß ich in meinem Büro, als mir einer der Angestellten unseres Bankhauses eine Visitenkarte überbrachte. Gibt es damals schon Visitenkarten? Die hat man bestimmt noch mit der Hand geschrieben. Da gab es bestimmt irgendwo so ein Kloster ganz abgelegen, wo die Mönche im Skriptorium saßen und den ganzen Tag nur Visitenkarten geschrieben haben, wie im Mittelalter, wo sie die Bibel abgeschrieben haben. Den ganzen Tag, da wärst du bekloppt von. Und die haben dann halt Visitenkarten, bis alle komplett einen an der Murmel hatten. Und dann sind sie durch die Lande gezogen und haben irgendwelche Bonchus angezogen, El Condor Pass in der Fußgängerzone gepfiffen. Irgendwas haben sie auf jeden Fall gemacht, bis er halt Herr Müller kam und gesagt hat, ab zurück ins Kloster, Visitenkarten schreiben, ihr habt noch 30 Kilo Papier zu beschreiben. Da haben sie auch keinen Bock drauf. Aber ist egal, sie hatten sich verpflichtet und da muss man auch, wo war ich jetzt stehen geblieben überhaupt? Ach ja, bei der Visitenkarte. Wie ich den Namen las, war ich zuerst sehr verblüfft, denn es war kein anderer als... Doch es ist vielleicht auch ihnen gegenüber besser, wenn ich nur sage, dass dieser Name jedermann überall bekannt ist. Als einer der höchsten, vornehmsten, angesehensten in ganz England. Wer wäre denn, der König, Moriarty, Mr. Bean? Überwältigt von der Ehre, versuchte ich beim Eintritt des Herrn etwas derartiges zu sagen. Allein er brachte sofort sein geschäftliches Anliegen vor, als sei es ihm darum zu tun, mit einer unangenehmen Aufgabe möglichst rasch fertig zu werden. Herr Holder, begann er. Ich habe gehört, dass Sie sich mit Vorschussgeschäften befassen. Allerdings gegen gute Sicherheit erwiderte ich. Ich brauche auf der Stelle sehr notwendig 50.000 Pfund. Junge, das war damals unfassbar viel Geld. Also ich glaube, das sind heute ein paar Millionen. Natürlich könnte ich diese Summe zehnmal bei meinem Bekannten Borken. Allein, es passt mir weit besser, diese Sache in geschäftlicher Weise abzumachen, und zwar persönlich. Bei einer Stellung, wie ich sie begleite, ist es nicht klug, sich auf private Verbindlichkeiten einzulassen. Auf wie lange brauchen Sie diese Summe, wenn ich fragen darf? Nächsten Montag wird ein großer Betrag fällig, und dann werde ich den Vorschuss sofort zurückzahlen, samt den Zinsen, die Sie dafür zu berechnen haben. Mir ist hauptsächlich daran gelegen, das Geld unverzüglich in die Hand zu bekommen. Ja, und dann kauft er sich den blauen Fortrancher davon, und wir wissen, wie es ausgeht. Ich würde Ihnen sehr gerne die Summe aus meiner eigenen Tasche vorstrecken, aber es ist mehr, als ich auf mich nehmen darf. Tue ich es jedoch im Namen der Firma, so muss ich aus Rücksicht auf meinen Teilhaber selbst Ihnen gegenüber auf die Beachtung aller geschäftsmäßigen Vorsichtsmaßregeln bestehen. Es ist mir viel lieber so, bemerkte er, indem er ein viereckiges... Junge, jetzt werden schon die deutschen Worte kompliziert. Indem er ein viereckiges... Ein rundes, schwarzes Marroquin-Etui... Was ist das denn? Egal. ... zur Hand nahm, dass er neben seinen Stuhl gelegt hatte. Sie haben ohne Zweifel schon von dem Beryl-Diadem gehört. Eines der kostbaren Stücke unserer Reichsklein-Odien versetzte ich. Gewiss, er öffnete das Etui, und darin lag in weichem, fleischfarbenem Sand eingebettet das wundervolle Schmockstück. Es enthält neunund... Junge, ich sollte echt meine Brille putzen. Es enthält 39 Brille von außerordentlicher Größe, und der Wert der Goldfassung lässt sich gar nicht berechnen. Die niedrigste Schätzung würde als Wert des Schmuckes das Doppelte der Summe ergeben, die ich verlangt habe. Ich bin bereit, das Stück als Pfand in ihren Händen zu lassen. Er reichte mir das Etui, und ich blickte in einiger Verwirrung erst auf dessen kostbaren Inhalt und dann auf meinen hohen Besuch. Sie haben Zweifel über den Wert des Schmuckes? fragte er. Durchaus nicht, ich bezweifle nur. Meine Befugnis zur Verpfändung desselben? Darüber können sie sich beruhigen. Ich würde mir nicht im Traume einfallen lassen, es zu verpfänden, hätte ich nicht die unumstößliche Gewissheit, dass ich es binnen vier Tagen wieder einlösen kann. Es ist eine reine Formsache, genügte Sicherheit, reichlich. Sie sehen hier, Herr Holder, dass ich Ihnen einen sehr großen Beweis des Vertrauens gebe. Ich verlasse mich darauf, dass Sie nicht nur verschwiegen sind und sich jedes Wort über die Angelegenheit enthalten. Ja, schlecht gealtert, oder? Ich meine, er erzählt es uns gerade allen. Jeder kann es hören. Sondern vor allem, dass Sie dieses Stück mit jeder möglichen Vorsicht aufbewahren, da die geringste Beschädigung schon einen gewaltigen öffentlichen Skandal nach sich ziehen würde. Eine Beschädigung wäre deshalb so schlimm, äh Quatsch, also wäre schon, aber nein, der Satz ist Quatsch, eine Beschädigung wäre fast schon so schlimm, wie ein völliger Verlust, denn es gibt in der ganzen Welt keine Berille mehr. Die diesen gleich kommen, sie wären überhaupt gar nicht zu ersetzen. Trotzdem überlasse ich Ihnen den Schmuck mit vollem Vertrauen und werde ihn Montagvormittag persönlich wieder abholen. Woher will der denn wissen, dass es keine Berille mehr gibt, der Größe, die hat vielleicht nur noch keiner ausgegraben? Im Endeffekt, also komm, ein bisschen Mundsglas, das wäre doch keine Sau. Würdet ihr einen Unterschied zwischen einem echten Edelstein und... einem gefälschten Glasklunker erkennen? Ich glaube, das erkennt doch selbst ein Profi nur, wenn er da wirklich rangeht mit diesem komischen Spekuliereisen da und... Also, wenn das irgendein König oder eine Königin auf der Birne trägt und damit einmal durch den Zahn... durch den Zahn flaniert, ja. Durch den Zahn flaniert, das merkt doch echt kein Mensch, ob das echt ist, oder... Ich bin nur für aus dem Kaugummiautomaten, also bitte ernsthaft jetzt. Als ich sah, dass es meinem Besuch darum zu tun war, möglichst rasch fortzukommen, der hat aber wirklich halt komische Formulierungen, sagte ich weiter nichts, sondern wies meinen Kassierer an, der wären 50.000 Pfundnoten einzuhändigen. Einzuhändigen, nicht auszuhändigen. Es gab 1.000 Pfundnoten. Wo konnte man mit einer 1.000 Pfundnote einkaufen? Also, ich habe jetzt keine Vergleichstabelle da, aber so um... Wann spinnen die 1890 rum? 1.000 Pfund. Da kannst du fast ein Haus von kaufen. Wo gehst du mit einem Schein, der ein Haus wert ist, einkauft? Kein Mensch hat Wechselgeld in der Höhe da. Einsthaft. Als ich jedoch allein war und das Etui mit seinem kostbaren Inhalt vor mir auf dem Tische stand, vermochte ich nur mit Unbehagen an die ungeheure Verantwortung zu denken, die ich mir damit aufgeladen hatte. Da das Stück zum Reisschatz gehörte, so musste unfehlbar das geringste Missgeschick, das ihm begegnete, großes Aufsehen verursachen. Ähm, nö, eigentlich nicht. Man kann doch davon ausgehen, das wird nicht an die große Glocke gehängt. Also, er packt das Ding jetzt in den Tresor, als Bank wird er wohl sowas haben. Und wenn das Ding verkratzt wird, ja, was soll der Typ, wer auch immer das jetzt verpfändet hat, sagen, ja, äh, Leute, guckt mal, ich hab das hier zur Bank gebracht, weil ich ein bisschen Kohle gebraucht hab, und die haben es mir jetzt da gerade zurückgegeben, was ist denn das für eine Kackbank? Wird doch kein Mensch machen, da lässt man sich irgendeine Story einfallen. Also, der denkt auch null mit. Ich bedauerte bereits, dass ich mich überhaupt zu einer Annahme hatte bestimmen lassen. Allein, es war jetzt nichts mehr an der Sache zu ändern. So schloss, schloss, Junge, so schloss ich denn den Schmock in meinen eigenen Sicherheitsschrank ein und ging wieder an meine Arbeit. Ja, am besten der eingeschossen, ja, dem ist das jetzt, was den Aufmelone drüber passt. Zieht kein Schwein. Ja, und wenn ein Brecher kommt, der schweißt uns Ressort auf. Aber nimmt er eben die Melone ab? Nein. Seht ihr? Hä? Trägt 17. Da musst du schlau sein wie ein Hamster. Als es Abend wurde, dachte ich, dass es eine Unvorsichtigkeit wäre, einen solchen Wertgegenstand im Büro zu lassen. Die besichere Schränke bei Banken waren schon öfters erbrochen worden. Erbrochen? Jemand hat den Tresor gefressen und wieder ausgekotzt? Das ist ja ekelhaft. Warum sollte das nicht auch bei dem Meinigen denkbar sein, welch grässliche Lage für mich, wenn so etwas vorkäme? Ich beschloss deshalb, während der nächsten Tage, das Etui auf Schritt und Tritt bei mir zu tragen und es so tatsächlich keinen Augenblick aus meinem Bereich kommen zu lassen. Mit diesem Vorsatz fuhr ich nach meinem Haus ins Shredham und nahm das Schmuckstück mit. Erst als ich es in meinem Schreibtisch oben in meinem Ankleidezimmer eingeschlossen hatte, atmete ich wieder frei. Ja, und der Schreibtisch bei dir zu Hause ist auch sicherer als der Tresor bei dir im Büro. Wissen wir genau, Banken, die Tresore da, die sind alle aus Balzerholz, aber wenn du so einen schönen Schreibtisch hast, Eiche rustikal, Bomben ist sicherer, also da kannst du auch ein paar Nukes drauf klatschen, passiert nichts. Alles gar kein Problem, habe ich schon tausendmal ausprobiert, nur Nukes hatte ich keine, aber schreibtisch gut. Prima, schreibtisch. Guter Material, habe ich gekauft bei Aldi. Und nun ein Wort über mein Hauswesen, Herr Holmes. Er hat ein Hauswesen, so ein Hauself-Dobby, denn ich möchte Ihnen einen gründlichen Eindruck, einen Blick-Eindruck Ja, es ist für mich auch die sechste Stunde, in die Sachlage verschaffen. Der Stallbursche und der Hausbursche schlafen außerhalb des Hauses und können somit außer Betracht bleiben. Wie die schlafen außerhalb des Hauses? Müssen die draußen im Garten auf dem Rasen übernachten? Haben die wenigstens ein Zelt im Winter? Oder liegen die einfach so komplett unzugedeckt irgendwo in der Rabatte drin? Meine drei Dienstmädchen sind sämtlich schon seit einer Reihe von Jahren bei mir und ihre Zuverlässigkeit ist über jeden Zweifel erhaben. Dann ist noch ein zweites Kammermädchen da, namens Lucipa, das erst seit wenigen Monaten in meinem Haus ist. Sie brachte jedoch ein ausgezeichnetes Zeugnis mit und ich war stets zufrieden mit ihr. Sie ist sehr hübsch und hat viele Verehrer, die sich gelegentlich wohl einmal um das Haus herumtreiben. Das ist das Einzige, was wir an ihr auszusetzen fanden. Allein, wir halten sie für ein durchaus braves Mädchen. Ja, da kommen die Burschen zum Fenster an. Das gab es wohl auch in London. So viel von den Dienstboten. Meine Familie ist klein. Also er selbst ist groß, die Familie ist klein. Also die Frau ist nur 1,20. Ich bin Witwer. Oh, die Frau ist sogar tot und nur 1,20. und habe einen einzigen Sohn namens Arthur. Der ist nur 90 cm groß. Dieser Junge hat mich in meinen Hoffnungen getäuscht, Herr Holmes, schmerzlich getäuscht. Gewiss bin ich selbst dabei nicht ohne Schuld. Man sagt, ich habe ihn verzogen. Das mag wohl sein. Als ich meine Frau verlor, übertrug ich meine ganze Liebe auf ihn. Das klingt jetzt irgendwie falsch. Ich habe ihm nie einen Wunsch abgeschlagen. Vielleicht wäre es für uns beide besser gewesen. Ich hätte mir Strenge gezeigt, aber ich meinte es herzlich gut. Ich hatte natürlich vor, ihn zu meinem Nachfolger im Geschäft heranzubilden. Allein, er zeigte gar keine Neigung für den Beruf eines Bankbeamten. Ja, da steht wirklich Bankbeamte. Also damals waren auch diese ganzen Büroleute in den Fabriken, die wurden als Privatbeamte bezeichnet. Also es gab den Adel, der nicht gearbeitet hat. Es gab die Ärzte und Anwälte und was weiß ich, als was die gegolten haben. Arbeiter und diese Privatbeamten und natürlich die Staatsbeamten. Also es ist ganz komisch. Er war unbeständig und launig und um die Wahrheit zu gestehen, ich hätte ihm nicht die Verfügung über eine größere Geldsumme anvertrauen mögen. Schon in früherer Jugend kaufte er sich eine Kamera und machte YouTube. Ähm, sorry, da bin ich jetzt in der Zeile verrutscht. Schon in früherer Jugend trat er in einen vornehmen Club ein, wo er sich durch sein liebenswürdiges Wesen mit einer Reihe von Leuten eng befreundete, die volle Brieftaschen und kurzspielige Gewohnheiten hatten. War also eine von Berufssohn. Er verstand es bald meisterhaft, sein Geld beim Kartenspiel und auf dem Rennplatz zu vergeuden, so dass er mich immer wieder um einen Vorschuss auf sein Taschengeld angehen musste, um seine Ehrenschulden begleichen zu können. Mehr als einmal versuchte er, sich von dieser gefährlichen Gesellschaft loszumachen, allein dem Einfluss seines Freundes Sir George Burnwell gelang es jedes Mal, ihn wieder in diese Kreise hineinzuziehen. Dass ein Mann wie Sir George Burnwell Einfluss auf ihn gewonnen hatte, war wirklich nicht zu verwundern, wie oft, Quatsch, er hat ihn oft zu mir ins Haus gebracht und ich muss gestehen, dass ich selbst kaum imstande war, mit seinem anziehenden Wesen zu entziehen. Er ist älter als Arthur, ein vollendeter Weltmann, der schon überall war und alles gesehen hat, ein glänzender Redner und ein erfahrener Kampfsportler und ein auffallend schöner Mensch, also er meint mich, da war ich natürlich noch nicht überall, also im Puppertal habe ich noch nie gesehen aus der Nähe. Und doch, wenn ich ihn mir bei vernünftiger Überlegung und völlig frei von der Wirkung seiner Gegenwart vorstelle, so kann ich bei seinem zynischen Blick und dem Blick Moment, was ist denn jetzt los mit mir? Moment, meine Stimme ist gerade, ja ich sage ja, ich habe die Stimme zurück, die muss erst noch eingefahren werden. Und doch, wenn ich ihn mir bei vernünftiger Überlegung und völlig frei von der Wirkung seiner Gegenwart vorstelle, so kann ich bei seinen zynischen Reden und dem Blick, den ich gelegentlich schon an ihm bemerkt habe, nicht anders als im gründlich Misstrauen. Darin ist auch meine Nichte Mary, die den echt weiblichen Schafblick für Menschenherzen besteht, mit mir einverstanden, besitzt er sie, besteht ihn nicht, sie besitzt ihn. Das ist klar, weil man kann ja keinen Blick bestehen, wie würden das aussehen? Mary ist die einzige, die ich noch zu schildern habe. Als mein Bruder vor fünf Jahren starb und sie allein in der Welt dastand, was ist mit der Mutter von ihr? Also seine Frau ist tot, aber der Bruder, da wir doch auch eine Frau gehabt haben, für ein Kind braucht es ja meistens zwei Personen, der eine und der andere, also ihr wisst schon, nahm ich sie an Kindesstatt an und betrachtete sie seitdem als meine Tochter. Sie ist ein Sonnenstrahl für mein Haus, freundlich, liebevoll, schön, sie leitet das ganze Hauswesen und ist sehr umsichtig, sanft und ruhig. Sie ist sozusagen meine rechte Hand. Das klingt auch falsch. Ich weiß nicht, was ich ohne sie anfangen soll, der die linke Hand benutzen, Junge. Nur in einem einzigen Punkt ist sie meinen Wünschen nicht entgegengekommen. Alte Sakel! Junge, das ist deine Nichte! So ehrlich! Achso, nee, was anderes ist gemeint. Zweimal hat mein Junge um ihre Hand angehalten, denn er liebte sie aufrichtig, aber beide Male hat sie ihn ausgeschlagen. Ist das gut so? Die sind verwandt? Hallo? Ja, okay. Nee, die sind gar nicht adlich, oder? Die sind nur reich. Bei dem Adel ist ja normale Inzucht, das haben die ja seit 2000 Jahren, das pflegen die ja, dass sie den Habsburgern, denen ist ja das Kind quasi bis zum Knie gewachsen, hör mal auf, Alter, das kann, und guckt euch mal die ollen Ägypter an, die haben ja immer ihre Schwester geheiratet, bei denen war ja komplett Chromosomenkirme, das hier. Eschnatton, der hatte ja eine Birne wie Harry bei dir, also da, kein Wunder, dass manche Leute gedacht haben, bei den Ägyptern waren Außerirdische, also, da brauchst du aber echt keinen, ne, ja, da sind wir uns einig. Aber hier also, mitten in England, ist das denn eine Art? Ich glaubte, sie allein wäre imstande, ihn auf den rechten Weg zu bringen, an ihrer Seite hätte er vielleicht ein ganz neues Leben angefangen, aber jetzt ist es zu spät, für immer zu spät. Äh, wieso? Nun, Herr Holmes, kennen Sie alle, die mit mir unter einem Dache leben, und ich will mit meinem Bericht fortfahren, ja, das ist eine sehr gute Idee. Nach dem Bericht machen wir dann auch Schluss, und morgen geht's dann wieder weiter. Beim Kaffee, nach dem Essen im Wohnzimmer, teilte ich Arthur und Mary mit, was mir begegnet war, und was für einen kostbaren Schatz wir unter dem Dache hatten. Du Trottel! Du Riesentrottel! Was wählt man für sich? Ich verschwieg dabei nur den Namen des Verpfänders. Lucifer, die den Kaffee hereingebracht hatte, war schon nicht mehr im Zimmer, das weiß ich gewiss, ob jedoch die Türe geschlossen war, kann ich nicht beschwören. Mary und Arthur interessierten sich sehr für die Sache, und hätten das berühmte Schmuckstück gerne gesehen, allein, ich dachte, es sei besser, es an seinem Platze zu lassen. Wo hast du es aufgehoben? fragte Arthur. Das geht dich in Scheißdreck an. Nein, er in meinem Schreibtisch. Ich will nur hoffen, dass heute Nacht nicht im Haus eingebrochen wird, fuhr er fort. Der Schreibtisch ist verschlossen. Oh, auf den passt jeder alte Schlüssel. Ja, ganz toll. Als kleiner Junge habe ich schon selbst mit dem Schlüssel zum Buffet aufgemacht. Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet, vielleicht wäre im Tresor der Bank doch besser aufgehoben gewesen. Oder notfall liegen im Gästezimmer unter dem Kopfkissen, das sucht keiner danach. Er führte oft zu Kecke reden. Oh, Kek, das Wort habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Kek. Hat das irgendjemand von euch in seinem aktiven Wortschatz? Also ich nicht so, sollte man vielleicht auch mal wieder ändern, oder? Ich finde das manchmal ganz schön, wenn so alte Begriffe wieder in Gebrauch kämen. Hätte was. Deshalb achtete ich nicht viel auf seine Bemerkung. Nun ging er mir gerade an diesem Abend mit sehr ernstem Gesicht in mein Zimmer nach. Sagbar, Papa, sagte er und heftete dabei die Augen auf den Boden. Kannst du mir 200 Pfund geben? Nein, gewiss nicht, erwiderte ich. scharf. Ich bin in Geldsachen schon viel zu nachsichtig gegen dich gewesen. Du warst allerdings sehr gut gegen mich, versetzte er. Aber ich muss diese Summe haben oder ich kann mich nie wieder im Club blicken lassen. Das wäre ja ein wahres Glück, rief ich aus. Jawohl. Aber du wirst doch nicht wollen, dass ich mit Schimpf und Schande abziehe. Ich könnte die Schmach nicht ertragen. Ich muss das Geld irgendwo auftreiben und wenn du es mir nicht geben willst, so muss ich andere Mittel und Wege versuchen. Wie wär's mit nem Job? Bei so spontane Idee? Ich war sehr aufgebracht, denn das war das dritte Mal in einem Monat, dass er mich um Geld anging. Keinen Deut bekommst du von mir, rief ich. Darauf verließ er wortlos das Zimmer. Doch einen Deut hätte ich ihm gegeben, und zwar den Deut aus dem Zimmer, so mit dem Finger. Ja, dort gehst du hinaus, dorthin, der Maurer hat das Loch in der Wand gelassen. Hinaus mit dir hebe er sich von hinnen. Als ich allein war, öffnete ich den Schreibtisch und überzeugte mich, dass mein Schatz noch unversehrt darin lag. Dann schluss ich wieder ab. Sicherheitshalber hol lieber den Schlüssel vom Buffet, nicht, dass den einer abzieht unten. Ich machte noch einen Gang durch das Haus, um nachzusehen, ob alles verwahrt sei, eine Obliegenheit, die ich gewöhnlich Mary überlasse, die ich heute jedoch selbst erfüllen wollte. Unten an der Treppe angelangt, sah ich Mary am Seitenfenster des Hausgangs, das sie zumachte und verriegelte, während ich näher trat. Sag einmal, Papa, fragte sie mich in etwas erregtem Ton. Hast du Lucy heute Abend Erlaubnis zum Ausgehen gegeben? Gewiss nicht. Sie kam soeben durch die Hintertür herein. Ich bin zwar ganz sicher, dass sie nur an der Seitenforte mit irgendjemandem zusammengetroffen ist, aber wir sollten doch jetzt gerade, da der Schmuck im Haus ist, sehr vorsichtig sein und es nicht so hingehen lassen. Du musst morgen früh mit ihr sprechen oder ich will es tun, wenn dir das lieber ist. Hast du dich überzeugt, dass alles gut verschlossen ist? Vollkommen, Papachen. Och, Papachen, ist das nicht niedlich. Dann gute Nacht. Ich gab ihr einen Kuss und ging wieder in mein Schlafzimmer hinauf, wo ich bald einschlief. Ich bestrebe mich, ihnen alles zu sagen, Herr Holmes, Herr Holmes, was für den Fall irgend von Bedeutung sein kann. Aber ich möchte bitten, dass sie mich über jeden Punkt, der ihnen nicht völlig verständlich ist, ruhig befragen. Ihre Darstellung ist im Gegenteil ganz ausnehmend klar. Nun komme ich zu einem Abschnitt meiner Geschichte, bei dem es mir ganz besonders darum zu tun ist, ihnen alles anschaulich zu machen. Ich habe keinen sehr festen Schlaf und die Unruhe in meinem Inneren trug wohl dazu bei, dass dies noch weniger der Fall war als sonst. Kommt jetzt endlich die spannende Stelle, wo geklaut wird? Etwa um zwei Uhr morgens erwachte ich von einem Geräusch im Hause. Es hörte bereits auf, ehe ich völlig wach war, aber ich hatte davon den Eindruck behalten, als wäre irgendwo im Hause ein Fenster zugemacht worden. Voll spannunghorchend lag ich da. Ich simuliere jetzt ein aufregungsschlagendes Herz. Plötzlich vernahm ich zu meinem Entsetzen ganz deutlich leise Tritte im Nebenzimmer. Okay, ähm, was genau ist das Nebenzimmer? Also wenn es das Bad ist, dann wird wohl einer auf die Schüssel gemusst haben. Lebend, angst, schlüpft ich aus dem Bett und spähte vorsichtig durch die Türe in das Nebenzimmer. Arthur, rief ich, du Elender, du Dieb, wie kannst du dich unterstehen, dich an dem Schmuck zu vergreifen? Sie schreibt, die Schlampe brannte noch, wie ich sie gelassen hatte und mein unzähliger Junge, nur mit Hemd und Hosen begleitet, stand daneben, das Schmuckstück in der Hand. Es sah aus, als ziehe oder biege er daran herum mit aller Kraft. Auf meinen Zuruf, ließ er es fallen und wurde blass wie der Tod. Ich hob es auf und besichtigte es. Eine der goldenen Ecken, welche drei Barille enthielt, fehlte. Der hat jetzt ernsthaft... Junge, ist der bescheuert. Der bricht sich ein Staffelstück aus dem Teil raus, anstatt das ganze Ding zu klauen. Das ist ja ein Blöder, das ist ja ein Blöder, gar nicht mehr zu überbieten. So bescheuert muss... Wie geht das überhaupt? Ich meine, okay, Gold ist weich, aber... Hat jemand eine Krone zur Hand irgendwie und kann da mal versuchen, eine Ecke rauszubrechen? Würde mich einfach mal interessieren, wie leicht das geht. Du Lump, schrie ich außer mir vor Wut, du hast es zerbrochen. Du hast mich in ewige Schande gestürzt. Wo sind die Scheine, die du gestohlen hast? Gestohlen, rief er dagegen. Jawohl, du Dieb, schrie ich wieder und schüttelte ihn dabei an der Schulter. Es fehlt keiner. Es kann keiner fehlen, entgegnete er. Hä? Das? Er sagt, selbst sie sind gestohlen und jetzt sagt er, es fehlt keiner? Es fehlen drei und du weißt wohl, wo sie sind. Ist es nicht genug, dass du ein Dieb bist, muss ich dich auch noch eine Lügner heißen. Habe ich nicht mit eigenen Augen gesehen, wie du noch ein Stück davon abbrechen wolltest? Du hast mich genug beschimpft, versetzte er, ich lasse mir das nicht länger gefallen. Kein Wort kommt in dieser Angelegenheit mehr über meine Lippen, nachdem du mich ohne weiteres für einen ehrlosen Menschen behandelt hast. Morgen früh verlasse ich das Haus. Ich werde schon allein weiterkommen. Ich würde mal sagen, du kommst jetzt als mal in den Bau. Junge. Das ist ja geil. Also möglicherweise war er es nicht. Er wollte das Ding klauen, aber jemand ist ihm zuvor gekommen. Aber er hatte doch was vor. Sonst wäre er gar nicht da. Also auf frischer Tag ertappt und dann beleidigt tun. Das ist, äh, An wen erinnert mich das? Ja, irgendeine österreichische Streamerin, glaube ich, möglicherweise, die jetzt in Deutschland wohnt. Könnte sein, theoretisch. Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Die Polizei wird die Sache in die Hand nehmen, rief ich halb wahnsinnig vor Kummer und Wut. Ich werde dafür sorgen, dass alles gründlich untersucht wird. Von mir werdet ihr nichts erfahren, erwiderte er, mit einer Leidenschaftlichkeit, die ich gar nicht in ihm gesucht hätte. Beliebt ist dir, die Polizei zu rufen. So mag sie auch sehen, wie sie fertig wird. Äh, ja, das ist ihr Job. Inzwischen war alles im Hause wach geworden, denn ich hatte im Zorn laut genug gesprochen. Mary kam zuerst angelaufen. Beim ersten Blick auf den Schmuck und auf Athas Gesicht erriet sie alles und stürzte mit einem Schrei ohnmächtig zu Boden. Ich schickte das Hausmädchen auf die Polizei, damit die weiteren Nachforschungen gleich eingeleitet werden sollten. Als der Inspektor mit einem Schutzmann eintraf, richtete Arthur, der die ganze Zeit über mit gekreuzten Armen finster dagestanden, die Frage an mich, ob ich wirklich gesonnen sei, ihn des Diebstahls zu bezichtigen. Ich erklärte ihm, dass die Sache keine Privatangelegenheit mehr, sondern ein öffentliches Vergehen sei, und, äh, nicht und, ohne und, da das beschädigte Schmuckstück zum Nationaleigentum gehöre. Ich sei entschlossen, dem Gesetz seinen vollen Lauf zu lassen. Dann wirst du doch weh... Ja, alles gleich, Leute. Der schlaft sowieso schon, oder? Dann wirst du doch wenigstens nicht auf einer sofortigen Festnahme bestehen, sagte er jetzt. Es wäre ebenso sehr in deinem Interesse wie in meinem, wenn ich das Haus auf fünf Minuten verlassen dürfte. Aha. Um zu entfliehen, oder vielleicht um deinen Raub zu verstecken, erwiderte ich bitter. Dann stellte ich ihm die schreckliche Lage vor, in die ich mich versetzt sah. Ich bat ihn, doch zu bedenken, wie nicht nur meine Ehre, sondern auch die einer viel höheren Persönlichkeit auf dem Spiel stehe, und dass er einen Skandal heraufbeschwöre, der die ganze Nation in Aufregung versetzen würde. Das alles ließe sich aber noch abwenden, wenn er mir nur sagen würde, was er mit den fehlenden drei Steinen angefangen hätte. Du bist auf frischer Tat ertappt worden, fuhr ich fort. Mache die Sache wenigstens so weit wieder gut, als es in deiner Macht steht. Sage mir, wo die Steine sind, und alles soll vergeben und vergessen sein. Äh, okay, aber kaputt ist die Krone trotzdem. Und geklaut hat er auch. Also, Blödmann. Verhalte deine Vergebung für Leute, die dich darum bitten, gab er zur Antwort und kehrte mir höhnisch den Rücken. Ich sah, dass sein Trotz ihn für alles Zureden taub machte. Nun gab es keine andere Wahl mehr. Ich rief den Inspektor herein und ließ Arthur verhaften. Sofort wurde eine Durchsuchung vorgenommen, nicht allein an ihm, sondern auch in seinem Zimmer und überall sonst im Hause, wo er möglicherweise die Steine versteckt haben konnte. Doch es fand sich keine Spur davon und aus dem nichts nutzigen Burschen war weder durch Überredung noch durch Drohung eine Silbe herauszubringen. Er hat da mal im Garten geguckt, da wurde doch ein Fenster zugeknallt. Vielleicht hat er die Steine rausgebrochen, aus dem Fenster geschmissen. Deswegen wollte er auch noch mal kurz vor die Tür gehen, bevor er die Polizei kommt, ihn verhaftet. Aber wozu auch mitdenken? Ist ja gut. Allerdings, er ist auch aufgeregt. Also er hat da so ein Schmuckstück zu Hause und ja, gleich am ersten Abend geht's gut. Heute früh wurde er in Gebarsam gebracht und nach Erledigung der polizeilichen Förmlichkeiten bin ich sofort hierher geeilt, um sie dringend zu bitten, all ihren Schafsinn an die Aufklärung dieser Angelegenheit zu setzen. Auf der Polizei hat man offen eingestanden, dass man mir vorläufig nicht zu helfen wisse. Wegen der Kosten brauchen sie sich keinerlei Beschränkungen aufzuerlegen. Ich habe bereits tausend Pfund Belohnung ausgesetzt. Mein Gott, was soll ich machen? In einer Nacht habe ich die Juwelen verloren und meinen Sohn dazu. Was soll ich nur tun? Er fuhr sich mit beiden Händen an die Schläfen, legte sich hin und her und stöhnte dabei wie ein Kind, das für seine Betrübnis keinen Ausdruck mehr findet. Und an dieser Stelle machen wir morgen weiter. Dann erfahren wir, wie es weitergeht, eventuell sogar, wie es ausgeht. Ist gar nicht mehr so lang. Ich weiß, sie ist doch noch ziemlich lang. Hat sie sogar noch richtig lang. Mein lieber Jolly ist das lang. Hallo? Wo? Okay, könnte es sein. Das wird das echt auf drei Tage verteilen. Alter Schwede. Äh, ich weiß jetzt, weiß ich nicht nur, wo wir waren. Doch, hier. Okay, also dann, ihr schlaft jetzt schön weiter. Wenn ihr morgen früh aufwacht, habt ihr auch wieder ein neues Video von mir, Punkt, 5 Uhr. Außer, es passiert irgendwas, das YouTube explodiert oder das Internet ausfällt oder sonst irgendwas ist und dann geht es wieder ganz normal weiter. Wie gehabt, mit dem ganz normalen Wahnsinn hier am Altschauerberg. Also, kurz Nächle, schlaft schön und bitte nicht so laut, denn die Nachbarn wollen auch schlafen. Au. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018